Herzlich Willkommen, mein Name ist Tim, Betriebsinformatiker bei der KiBag und würde euch sehr gerne mal zeigen, was ich so den Tag durchmache. Kommen doch mal mit. Zu meinen Hauptaufgaben gehört vor allem die Betreuung von unseren internen Kunden. Ein Telefon, Mail oder sogar einem von über 50 Standorten in der Schweiz. Die grösste Herausforderung im Alltag ist, eine hohe Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten und dementsprechend ihre Anliegen qualitativ gut und zuverlässig zu behandeln. Was mir vor allem gefällt an der KiBag ist, dass es hier sehr viele freundliche und gute Leute gibt, wo unser Standort direkt vom Zürichsee ist und man bekommt hier sehr viel Verantwortung und Vertrauen der Firma. Ich würde die Lehre jemandem empfehlen, der technikbegeistert und teamfähig ist, sowie auch gerne mit Kunden zusammenarbeitet. Und habe ich euch das Interesse geweckt, dann bewirb dich doch jetzt bei der KiBag als Betriebsinformatiker.